Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Bevor jetzt mehr erzählt wird, dass diese Idee mit der Ausgastro-Stärkung eine reine FDP-Idee wäre, das ist nicht ganz so. Die Idee stammt von mir, und zwar im Jahr 2020 habe ich diesen Antrag schon gestellt. Er hatte wahrscheinlich eine Mehrheit, ist aber damals in der Messe falsch ausgezählt worden und 2021 hat es dann geklappt. Und jetzt, da hat der Herr Lichty natürlich absolut recht, ist es schon so ein Stück Salamitaktik, dass man damals die Begründung Corona, heute allgemein irgendwas, dass man das jetzt fortschreibt, jetzt für ein Jahr, für zwei Jahre, dann für fünf, für zehn und so weiter und so fort. Gleichwohl, ich als Pirat liebe natürlich Außengastro und ich finde es schön, wenn andere Leute auch Außengastro lieben. Und ich finde es schön, wenn die Stadt benutzt wird. Und von daher, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Zeitung kann gern schreiben, unglaublicher Zwist in der Dissidentenfraktion, ich werde dem Antrag zustimmen. Dankeschön. Dankeschön.